Der Bauforum 24 TV Nordbau Report, präsentiert von HKL Baumaschinen. Mieten, Kaufen, Service. Nordbau ist ja im 66. Jahr hier am Standort in Neumünster eine der bedeutendsten Baumessen Nordeuropas. Und eine von zwei Messen, die die größte Präsenz hat von Herstellern, die sich mit dem Thema Backstein und mit dem Thema Dachziegel beschäftigen. Also für die Ziegelnindustrie ein sehr wichtiger Messeplatz, ein sehr wichtiger Messestandort. In dem Zuge zeigen wir hier auch die Ausstellung des Fritz Höger Preises 2014. Fritz Höger war ein sehr bedeutender Baumeister, der den Höhepunkt seiner Schaffenstätigkeit in den 20er Jahren hatte. Hat ganz entscheidend zur Stadtgestaltung in Hamburg beigetragen. Bedeutendstes Projekt von Höger, das Schieler Haus, 1926 bis 1928 erbaut. Und viele weitere Gebäude in Hamburg, aber auch über die Grenzen Hamburgs hinaus, bis nach Leipzig, bis in den weiteren Norden. Das ist ein tolles Gebäude im Backstein-Expressionismus. Die Speicherstadt ist ein gelungenes Beispiel, entstanden Ende des 18. Jahrhunderts in erstaunlich schneller Bauzeit. Wenn Sie sich heute die Bauwerke angucken, mit welcher Standfestigkeit die den Alltag überdauern, dann ist das ein gelungenes Beispiel. Der Fritz Höger Preis wird verliehen seit 2008 vom Verband Zweischaliges Mauerwerk Bauen mit Backstein. Teilnehmen können alle sozusagen, alle die etwas entworfen haben, etwas geplant haben. Wichtig dabei ist nur, dass es schon ein bestehendes Gebäude ist. Der Preis wird in verschiedenen Kategorien vergeben. Das ist einmal der Einfamilienhaus- und Doppelhausbau, der Geschosswohnungsbau, der öffentliche Bau, Freizeitsport und der Gewerbebau. Der nächste Fritz Höger Preis wird 2017 vergeben. Und die Einreichungen sind Anfang des Jahres und die näheren Informationen werden dann der Homepage entnommen. Wenn ich über Backstein als Baumaterial spreche, dann fange ich gleich hinter Adam und Eva an, weil es in der Tat ein Produkt ist, das seit fast 10.000 Jahren Verwendung findet. Aber in aktueller Prägung, so jung wie nie zuvor, dargestellt wird in moderner Architektur. Bauforum 24 TV Construction in Motion